meine sehr verehrten damen und herren willkommen zu einer weiteren folge train sim world wir fahren jetzt noch mal dieselbe strecke die wir auch schon in dem ersten video gefahren sind wo ich da mich so ein bisschen angestellt habe ich lese mal kurz vor willkommen am südlichen ende der s-bahnlinie s2 markt kleberg gaschwitz sie werden heute ein zug von hier bis nach leipzig messe fahren einsteigen setzen sie sich auf den fahrersitz des zuges wir machen das jetzt mal und dann geht auch schon los mittlerweile habe ich ein bisschen geübt und habe so ein paar fehler gefunden die ich hoffentlich ausbessern kann und jetzt werden wir es auf jeden fall mal besser machen soll ich steig mal ein und dann schau mal oben recht steht einstiegen entriegeln sie die türen auf der linken seite mittlerweile weiß ich das so ein bisschen wie das funktioniert und von nehmen können wir dann hoffentlich auch gleich los starten jetzt pass auf wir können mal ganz kurz komfortabel hier auch außenkameras nehmen dann können wir da mal frei beweglich fordern nee das war die gar nicht was haben wir noch außen innenkamera innenkamera mehr und dann können wir da auch mal ganz cool aus dem fenster raus gucken und so ein bisschen die situation beobachten also leute steigen ein und steigen aus beziehungsweise hier steigen eigentlich nur drillinge hier ein und oben links seht ihr dass die zeit abläuft in der zeit dass wir die fahrgäste einsteigen oder ein und aussteigen in dem fall wir setzen uns noch mal hin beziehungsweise warte mal ich kann auch mal das habe ich jetzt auch festgestellt hier mit a einfach mal durch den zug gehen dass die person die auch gerade am bahnsteig war und schöner zug auf jeden fall schaut schick aus vorne wieder einsteigen und ja dann schauen wir mal dass das jetzt hier gleich alles einste anständig läuft so zack falsche taste hinauf und dann setzen wir uns noch mal ich habe das tutorial auch noch mal gespielt da ist mir eingefallen dass es irgendwie sehr sehr kurz und knapp gehalten ist von dem her weil zum beispiel hier den schalter den ich da jetzt gerade so anvisiere indirekte bremse lösen da da kommt irgendwie gar nichts in dem tutorial vor und ich würde auch gerne wissen wozu man die nutzt so die anderen schalter das weiß ich jetzt schon und auch noch ein paar andere sachen aber trotzdem sind da so ein paar dinge wo ich mir denke das hätte ein bisschen ausführlicher sein können vielleicht kommt es noch oder ich finde es noch nicht keine ahnung warten sie bis 15 30 15 30 hammer und dann machen wir auch gleich mal die tür zu das ist zu und jetzt aber ganz kurz gucken wenn ich da unten was sehe da mich schon wieder was verstellt der richtungswender muss auch vorwärts okay und ich glaube mal wir können direkt gleich los von jetzt pass auf jetzt legen wir mal den hebel da um das geht über den controller und los geht's das ist halt interessant ich weiß zum beispiel hat auch nicht gibt man gleich in einer s bahn so halt schon die falsche taste sofort zwei schon zu schnell sofort voll strom oder vollgas wenn es irgendwie erlaubt ist oder nicht mich kann mich damit den signal nicht aus es gibt nur grün weiß ich nicht ab jetzt dürfen dann gleich 37 meilen fahren statt dass es auch in meilen ist aber okay überfahren wir mal diese diesen spot und dann wird auch gleich hier dieser genau genau jetzt jetzt dürfen wir schneller fahren und wir müssen um 15 33 in markt kleeberg sein ich weiß gar nicht ist es die strecke allgemein wir sehen es jetzt gleich ist nicht weit vorne steht 0,7 meilen und ich war schon wieder zu schnell aber ich nehme immer den falschen hebel wenn ich hier rum laber und ja noch knapp 900 jahres jetzt muss man schauen ich muss mich konzentrieren dass ich jetzt nicht wieder versau nachher können wir auch mal eine andere optik nehmen wir dürften sogar jetzt noch schneller fahren was aber gar nichts weiter bringt denn wir müssen eh gleich ankommen aber ich muss mal zurück auf neutral weil ich was falsch gemacht habe jetzt kann man nur strom geben euch laber und laber und jetzt versuchen wir da mal schön das wollte ich sagen zum parken zu halten keine ahnung wie das korrekterweise ausgesprochen wird ich weiß es nicht aber jetzt gehen wir mal stark zurück neutral und bremsen mal den hobel ganz stark runter in der hoffnung dass ich auch noch hinbekommen ja wohl klappt es noch löse noch mal die bremse ein bisschen das war halt auch sehr knapp beschrieben in dem tutorial wann bremst man wie bremst man gibt es irgendwelche jetzt signale auf dich achten muss so räumen wir noch mal schön vor geht es nicht geht nicht mehr passt aber damit können wir leben wir entriegeln die tür hier können dann noch mal in die außenkamera wechseln schauen mal über kopfkamera habe ich noch nie gemacht was ist es ja doch das schaut ja ganz schön aus steigt da jemand einsteigt jemand aus nicht viel los macht nichts hat uns wieder rein ja außenkameras in den kameras sitzkamera ok alles klar so weit ist er hier noch alles in ordnung wir gehen mal mit unserem stromhebel wieder auf eine neutrale stellung schließen die tür oder 15 33 ich habe habe sogar noch 30 sekunden zeit ok da kann man sogar direkt noch mal ganz kurz in eine außenkamera wechseln vordere über kopfkamera guck mal da noch mal rein leute laufen einfach nur schön entgegen durch die gegend und dann passt es ja wie gesagt ich weiß nicht genau wie ich es einschätzen muss wo ich irgendwie halten soll hoppala das fällt mir noch ein bisschen schwer aber wir kriegen das schon hin hocken uns mal wieder in den zug und schließen die türe es ist nämlich gleich 15 33 und 30 sekunden das hier tür ist zu warten bis dieses gepiepsel vorbei ist und dann geben wir schon wieder strom zum nächsten halt und hier dürfen wir anscheinend gleich um die ich weiß nicht wie soll das sein 70 meilen fahren der nächste halt ist schon in einer 1,1 meilen also gut 1,7 kilometer aber jetzt schauen wir mal dass wir das irgendwie schön hinbekommen er gibt noch viele schalterchen und andere drückerchen wo ich gar nicht weiß was die alle bedeuten oder wenn ich die nutzen sollte aber ist ja auch wurscht wir fahren jetzt einfach mal hier vor noch 0,9 meilen in 0,6 mal haben wir ein grünes signal ich denke mal grün ist immer gut wie im straßenverkehr auch ich weiß gar nicht warum das hier angezeigt wird aber das ist halt so so jetzt schauen wir mal noch 0,7 meilen bis zu unserer nächsten station aber das ist dann markt kleeberg direkt markt kleeberg tschuldigung wenn ich es nicht richtig aussprechen aber ich kenne die stationen nicht sondern dann gehen wir wieder in so eine neutralstellung lassen den zug so ein bisschen gleiten also ich mache das so so hört man selber immer s-bahn fährt und ganz da vorne sieht man schon jetzt ist das leider nicht mehr dass wir anhalten müssen und das wird aber eine ganz knappe angelegenheit glaube ich da schieß ich jetzt direkt dran vorbei jetzt bin ich zu schnell gefahren jetzt bin ich zu schnell gefahren 44 meilen noch ganz übel ganz ganz übel okay ist kein problem vielleicht geht die tür ja trotzdem auf da habe ich jetzt völlig überschätzt guck mal mal ne 133 jahre zurückfahren das machen wir jetzt auch und dazu müssen wir hier diesen schalter nach rückwärts drehen und dann können wir jetzt wieder ein bisschen strom geben und dann fährt er nicht warum fährt er jetzt nicht noch mal warum fährt er nicht okay keine ahnung warum der jetzt nicht fährt gucken wir noch mal hier nach hauptschalter rückwärts ist eigentlich ein jetzt hat okay ich weiß auch nicht der braucht immer so ein bisschen jetzt gucken wir aber zurückkommen diese 135 jahrs vor uns kommt eine andere s-bahn also sitzt gar nicht so einfach wieder auf neutral genau und dann können wir auch gleich den zug wieder abbremsen ich hatte das sogar wirklich mal bei der s-bahn in münchen dass der irgendwie vorbei gefahren ist so und jetzt bin ich wieder dran vorbei durch mein ganzes gelaber da immer aber vielleicht kann man trotzdem die türen hier aufmachen dürfte eigentlich gehen kommen brems ab jawohl jetzt dürfen die türen aufmachen stehen wahrscheinlich beschissen drin aber geht schon einigermaßen 37 sekunden verspätung dann gucken uns das mal an von außen wie stehen wir da drin ja ach geht schon der wahnsteig ist ja mega lang wir stehen und nicht bei dem vorgegebenen punkt was haben wir dann noch hintere kamera sieht man nicht ganz so dolle außen kameras was haben wir noch vor darüber kopf haben wir schon okay kommen wir steigen mal wieder ein dass wir das jetzt ein bisschen besser hinbekommen fahrersitz da müssen wir hier erst gleich mal wieder auf des auf vorwärts immer da wieder auf neutral und dann können wir die türen verriegeln alles klar und dann versuchen jetzt die nächste anfahrt mal ein bisschen besser hin zu bekommen die ist nämlich schon in 0,6 meilen tür ist zu wir können losfahren haben auch ein grünes signal also von dem her gar kein problem und der nächste halt ist dann mark kleeberg nord mark klee berg nord oder so ähnlich so jetzt schauen wir mal wir geben hier mal voll strom 600 ampere gleich nee 530 wird weniger und in 800 yards ungefähr ist auch schon unser nächster stopp ich konzentriere mich mal dass ich da gut hinkommen warum müssen wir da sind um 1539 das dürfte eigentlich klappen genau und jetzt fangen wir schon das abbremsen an dass wir da echt mal eine gute punktlandung hinbekommen ich sehe das schon wo ich stehen muss und ab 200 hauen wir jetzt noch mal richtig den stachel rein werfen wir mal einen anker 33 meilen okay das schaut ja schon mal nicht schlecht aus kann noch ein bisschen nach vorne gas geben oder strom geben keine ahnung wie das heißt und dann dürfen wir auch hier stehen bleiben okay bis auf fünf jahr zimmer dran gekommen das passt wir öffnen die türen wieder und dann weiß ich gar nicht wir können ja auch mal raus gehen und gucken hier komme ich gerade gar nicht raus wir werfen mal so einen blick um den zug herum alles klar dann steigen wir wieder ein wenn es irgendwie noch möglich ist außenkamera okay wieder die falsche optik außenkamera und daher alles klar also das schaut gut aus wir nehmen wieder platz auf unserem sitz frontkamera halt das ist nicht die frontkamera wir müssen hier ist die fahrsitzkamera und dann können wir auch die türen schon wieder zu machen also es läuft schon viel viel besser wie das erste mal und geben schon wieder mal ein bisschen strom und jetzt nimmt das nicht an das ist das was ich nicht ganz genau verstehe mal nimmt das an sofort und mal nicht bin mir nicht ganz sicher woran das liegt ich glaube es muss immer so fünf prozent genau fünf prozent muss die bremse angezogen sondern dann kann man erst voll strom geben oder vollgas und unser nächster halt ist dann um 15 41 das ist schnell aber es sind auch nur knappe 1000 jahr also nicht weiter dramatisch das bedeutet wir geben da einmal einen gas stoß und sind dann auch gleich da wir hätten sogar ein tempomaten aber ich finde es im moment noch lustiger so zu fahren jetzt fahr ich mal 50 und dann gehen wir hier zurück auf neutral und fangen auch schon wieder das bremsen an ach nee das ist das ding das noch ist doch noch weiter entschuldigung wenn noch 0,7 meilen bis zu unserem warenstation ich habe das jetzt verwechselt mit dem grünen signal naja okay das sollte man halt schon wissen wann soll man da sondern um 41 und das schafft man gar nicht aber schon ein bisschen verspätung die müssen wir jetzt reinfahren dass wir jetzt irgendwie reinfahren dass wir da wieder pünktlich dann bei den nächsten zwei drei stationen ankommen aber jetzt bremsen aber wieder stark runter und ich hoffe dass wir noch hinbekommen wir sind schon noch viel zu schnell wir sind noch viel zu schnell kann doch mal die andere hilfe dazu naja da kann man auch noch mit bremsen das erste mal das jetzt die hergenommen habe auch zum bremsen und da stehen wir eigentlich perfekt ich glaube da sind wir perfekt haben uns dahin gestellt ja das ist das problem ich weiß nicht genau wann ich welche wann ich das benutzen soll und wann nicht das ist halt irgendwie ganz neu wir tun das gleich mal wieder auf lösen stellen genau und den auf fünf prozent naja da brauchen wir gar nicht mehr die kameras ändern bleiben wir mal auf der drin da haben wir die tür wieder zu dass wir unsere verspätung einholen und türen verriegeln das war hat man wieder bis das gepiepsel vorbei ist und dann dürfen wir schon weiterfahren nächster halt ist dann leipzig mdr los geht's und das um 15 uhr 45 also sind viele kurze knackige halte stellen hintereinander es ist zu fahren lass mal gucken 1,2 meilen ich weiß es nicht genau 1,3 meilen jetzt sehe ich es 1,3 meilen also auch nicht besonders weit und in 1,1 meilen gibt es eine geschwindigkeitsbeschränkung von 50 meilen gut bis dahin müssen wir stark runter bremsen denn wir müssen ja wieder pünktlich zum stehen kommen um 15.45 jetzt gucken wir mal ob wir das hinbekommen also da ist das signal ein grünes vorsignal das ist aber grün oder vor sie bei heißt wird vor signal ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt das wort grünes signal so jetzt gehen wir auf neutral und in 0,6 meilen ist dann unser halt schon wieder wir fahren 70 meilen und ich denke mal ich kann jetzt schon so langsam wieder mal das abbremsen beginnen ok ich gehe mal auf neutral dass wir noch ein bisschen schwung mit in den bahnhof nehmen und eine schöne gemütliche landung hinlegen ja das schaut doch gar nicht schlecht aus das schaut doch gar nicht schlecht aus da können wir die bremse noch mal aufmachen wenn das ding so heißt ich weiß es nicht ok jetzt war ich ein bisschen drüber ach ärgerlich das hätte besser gekonnt aber ich hätte auch wieder die andere bremse zu hilfe nehmen können wo ich allerdings nie genau weiß wann nutze ich die und wann nutze ich die nicht so einmal hier aufmachen sind wir eigentlich pünktlich angekommen ja pünktlich sind wir angekommen stehen aber so ein bisschen bisschen raus viel sieht man da nicht außen kameras was haben wir noch diese frei bewegliche kamera die ist irgendwie nicht frei beweglich da kann ich gar nichts machen weiß auch nicht was das soll aber ok was passt ok vordere hintere frontkamera ok alles klappt ihr seht ich stehe nicht richtig drin das muss jetzt auf jeden fall mal besser werden wir machen die tür zu und fahren weiter um 15 45 und 30 sekunden so lang stehen wir also irgendwie hier rum vielleicht werde ich ein bisschen öfter jetzt die bremse noch mitnehmen wie heißt die nochmal indirekte bremse und das ist die leistung bremse notbremse okay alles klar komm wir sind soweit die zeit haben wir gleich erreicht oder noch fünf sekunden dann gehen wir schon mal auf hier neutralstellung und jetzt geht's los oder ne auch also das habe ich nicht drauf pass auf fünf prozent ne warum fährt der mal und warum nicht jetzt gehen wir zurück ok ich weiß nicht genau wie ich diesen hebel bedienen muss dass der auf anhieb mir leistung gibt aber spielt auch keine rolle wir kriegen es hin unser nächster halt ist schon in 0,7 meilen leipzig bayerischer bahnhof um 15 47 also nur noch eine minute da haben wir ein bisschen gepennt sogar jetzt da dürfen wir nicht so schnell werden Tempo 50 hier ungefähr ok ja da fahren wir schön 50 und da vorne ist dann schon wieder unser nächster halt bremsen wir mal runter bis 30 und dann lassen wir noch ein bisschen rollen jawohl und weiter bremsen weiter und schauen wir das schön stehen bleiben ja der schaut gut aus können wir sogar aufmachen die bremse letzten meter kriegen wir vielleicht sogar eine punktlandung hin von der zeit her passt's und zack ne hätte ich noch früher bremsen müssen aber wir machen die türen auf passt soweit und dann sind wir jetzt was aus glaube ich leipzig bayerischer bahnhof keine ahnung wie es heißt komm schauen wir mal nach beziehungsweise gehen wir in die außenkamera ähm frontkamera auf der anderen seite ist der bahnhof gehen wir in die innere können wir da hoch gehen dann schauen wir wieder linkes fenster raus ok alles klar ja nicht viel los hier jedenfalls ein schöner bahnhof ach nette architektur hier schaut schön aus gut es geht wieder zurück in den zug fahrersitz wir verriegeln den ganzen spaß wieder und dann geht's auch schon weiter zum wilhelm leuschner platz los geht's mal gucken einmal wieder strom geben und jetzt versuche ich darauf anheben dass wir durchfangen jawohl alles klar ich hab das jetzt nur in einer bewegung gemacht und das ist um 15 uhr 49 oh in 50 sekunden schon das geht flott ist nicht weit das bedeutet wir geben einmal wieder gas und lassen dann den zug auch wieder kommen ich kann auch irgendwo licht anmachen oder aber wo ja jetzt hab ich licht ok alles klar jetzt müssen wir schauen dass ich nicht am Bahn steig vorbeifahre kann ja nochmal ein bisschen schwung geben ok ok und jetzt können wir wieder langsam zum bremsen anfangen also es macht schon einigermaßen spaß muss ich sagen es könnte fast direkt ein bisschen anspruchsvoller sein ich hab gedacht zugführer die drücken immer so eine taste am boden hier hab ich ja auch wie heißt die hier sifa aber irgendwie hier in dem spiel nicht vielleicht muss ich da mal bei den einstellungen schauen dass ich das irgendwie irgendwie schwieriger mache oder vielleicht muss man die auch gar nicht überall drücken dazu kenne ich mich leider zu wenig aus und stopp naja 7 yards 5 yards das passt doch wunderbar Tür wieder auf und dann kann man innere kamera mehr und dann schauen wir uns das nochmal an was da draußen los ist also auch wieder ein schöner neuer Bahnhof scheint eh alles so nach der Wende aufgebaut zu sein weil die Architektur ist schon sehr ja neumodisch schon gut gemacht gefällt mir schon gut gut alles klar wir setzen uns wieder in unser Fahrzeug rein machen die Türen zu ist schon soweit Türen verriegeln ohja es ist schon soweit hoppala und geben gleich wieder Strom und jetzt gehe ich wieder so auf 7% jetzt gehe ich so langsam gehe ich so drüber ne dann habe ich auch keinen Strom das habe ich noch nicht drauf wieso habe ich manchmal Strom und manchmal nicht wie auch immer ist ja wurscht wir fahren zum nächsten halt Leipzig Markt um 15.51 Uhr also auch alles ganz nah beieinander und da vorne sieht man es auch schon wieder nur 600 Jahre weit weg ja ich würde auch gerne wissen was ist denn eigentlich hier so die normale Geschwindigkeit was fährt man denn hier eigentlich gebe ich da Vollstoff und bremse stark ab ich denke nicht denke mal es wird hier irgendwie so eine Richtgeschwindigkeit schon geben das finde ich ein bisschen schade dass ich das nicht irgendwie raus finde oder vielleicht kriegen wir es noch irgendwie in weiteren Folgen raus aber so ein bisschen ja interessieren würde es mich ja dann doch schon sehr so wir ziehen die Bremse weiter an und rollen dann noch vor die letzten 15 15 na ich denke mal das kann man wirklich so lassen Türen auf Türen ist auf Tür ist offen können wir da auch nochmal einsteigen ach guck mal da habe ich sogar die Tür offen gelassen vorhin können ja selber nochmal in unseren Zug einsteigen ach guck mal sogar andersfarbige Sitze hier zack dann rennen wir mal vor so komm wieder rein ja Stufen hinauf wir machen wir die Tür eigentlich mal zu hier komm machen wir die nee komm wir haben keine Zeit wir müssen weiterfahren genug Blödsinn gemacht Türen schließen einmal wieder hier und dann dann müssen wir um 15.03 Uhr am Hauptbahnhof sein Entschuldigung 15.53 Uhr am Hauptbahnhof nee warum fährt der nicht auf Anhieb an wenn ich diesen Hebel nach vorne gebe hm das check ich nicht also das ist so ein bisschen wo ich sage dass ich das nicht verstehe ok ich kriege es schon noch raus also wir müssen in 30 Sekunden schon am Hauptbahnhof sein der ist allerdings auch nicht weit weg nur 600-700 Yards also sind wir auch gleich da ja es muss doch wie im Straßenverkehr auch so Vorschriften geben mit was für einer Geschwindigkeit man durch so einen Tunnel fährt also das würde mich schon irgendwie sehr sehr interessieren ein bisschen Verspätung haben wir schon und so 30 Sekunden werden es wohl werden aber ich denke mal wir werden es noch aufholen und runter so und so und schaffen wir das wieder auf eine Punktlandung gucken wir mal so ah okay da ist auch so ein so ein Leuchtmittel hier ja keine Ahnung genau weiß ich auch nicht mehr das Tutorial war echt lausig ich hoffe das wird mal besser so und dann gucken wir wieder raus Türen sind offen wo sind wir am Hauptbahnhof sind wir gerade oder genau Hauptbahnhof Leipzig Hauptbahnhof da steht es auch nochmal schön grafisch ist das Spiel auch muss ich sagen zwischen sehr detailliert die Züge aber das ist schon wieder arg matschig man sieht ja kein Gesicht gar nichts gut es geht da eher mehr so um den Realismusanspruch aber jeder von uns weiß da geht eigentlich mehr gut müssen wir auf dem PC spielen wir schließen die Tür wieder zu also ihr seht es eigentlich immer dasselbe und jetzt versuchen wir mal auf Anhieb anzufahren die Türen sind zu jetzt gehe ich auf D und jetzt okay jetzt klappt es und unser nächster Halt ist dann Leipzig Nord in 1,6 Meilen alles klar los geht's über 2 Kilometer und da haben wir ein Tempolimit in 0,8 Meilen von 62 Meilen das wäre eigentlich echt mal schön wenn wir das fixen auch von Meter auf Kilometer zu schnell darf ich hier auch nicht werden weil hier ist aktuell nur 50 aber ich muss schon in 2 Minuten da sein also ich könnte jetzt auch hier den Tempomat drücken damit er die Geschwindigkeit halten aber ich finde es so irgendwie gerade lustiger jetzt sind wir sogar ein bisschen zu schnell jetzt passt es wieder und in ja gut 200 Yards können wir dann nochmal ein bisschen mehr Schwung geben zu unserem nächsten Halt Leipzig Nord so jetzt überfahren wir das ganze Ding und jetzt springt gleich das rote das rote Teil hier um wenn ihr da schaut in dem Geschwindigkeitsanzeiger ist immer so ein roter Strich das zeigt mir an was ich gerade fahren darf jetzt schauen wir mal dass wir da schön auf die Geschwindigkeit kommen jawoll das passt ja und jetzt dürfen wir uns auch wieder drum kümmern dass wir rechtzeitig bremsen von Tempo 60 runter oh das Licht ist wahrscheinlich noch an das flackert gerade das machen wir später jetzt bremsen wir da erstmal hier schön an dem Bahnhof an so noch relativ schnell wann muss ich da sein um 57 oh super da liegen wir ja perfekt im Zeitplan weißt du die Frage bleibt der Zug stehen ja ich glaube wir fahren ein bisschen drüber ja aber alles im Rahmen Tür auf und dann können wir mal das Licht wieder ausmachen vorhin war gedimmter Lichtstrahl ok passt das können wir uns auch mal angucken von außen oder Frontkamera sehen wir das ne das sehen wir so nicht bei der Einstellung also diese frei bewegliche die geht leider nicht wenn ich dann auf die frei bewegliche gehe da tut sich nicht viel außer dass ich da hier immer dem Zug eine andere Richtung gebe und das ist ja auch Mist vielleicht klappt das auch nochmal oder ich mach da auch einen Fehler spielt keine Rolle wir gehen wieder in unsere Kabine rein wir fahren los oben warten sie bis 15 Uhr 57 und 30 Sekunden ja das ist ja gleich hab ich die Tür schon zu gemacht? ne noch nicht das machen wir jetzt gleich jawoll Tür zu und jetzt ist unser nächster Halt um 16 Uhr 1 Leipzig Messe was haben wir? das sind knapp 4 Minuten los geht's 3,5 Minuten jetzt gehen wir auf so und jetzt ne wieder nicht das 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 verstehe ich nicht ich gehe auf das auch nicht ok dann gehe ich jetzt auf 5% runter jetzt ok irgendwie weiß ich nicht wie ich diesen Hebel bedienen soll dass ich da immer ähm gleich von Anfang an losfahren kann spielt aber auch keine Rolle wir kriegen sie ja trotzdem irgendwie hin jetzt geht's erstmal zur Messe Ankunft in spätestens 3 Minuten und da können wir richtig Schwung geben 75 Meilen sind erlaubt ich bleib einfach voll auf dem Strom drauf denn das schaffen wir ganz easy ohne dass wir das irgendwie überfahren in einer Meile ist auch ein grünes Licht passt auch und in 2,1 Meilen müssen wir schon stehen bleiben los geht's können wir mal schauen ob wir irgendeine Außenkamera haben Überkopfkamera da hier so schaut das aus macht ja einen ganz guten Eindruck oder? können wir ein bisschen vom Strom runter noch 1,7 Meilen dann locken wir uns gleich wieder rein und jetzt flitzen wir da mit über 70 Meilen durch die Gegend das schaut gut aus hat schon was können wir nochmal wieder ein bisschen Strom geben auch da auf die 75 Meilen kommen jawoll komm nochmal und dann haben wir das und da kommt ein gelbes Signal da dürfen wir 99 fahren das schafft doch der Hobel gar nicht oder? doch das schafft der vielleicht schon aber warte ich hocken wir mal wieder rein ein gelbes Licht muss ich da jetzt schon reagieren oder nicht? das weiß ich nicht warte mal ab was bei gelb ist 99 wir fahren eh nicht 99 ah aber dann ist er 0,8 Meilen 0,8 Meilen darf nur noch 99 fahren passt ja bin ich ja weit drunter ich will ja gar nicht so schnell fahren wir müssen ja schon wieder stehen bleiben gleich jetzt gucken wir mal wir müssen ja eigentlich uns schon wieder ums Bremsen kümmern ah halt Bremsen ist eine andere Richtung da dürfen wir uns stark bremsen dass wir das noch hinbekommen uh das 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 wird nix aber dann nehmen wir noch diese andere Bremse zur Hilfe die indirekte ich weiß noch nicht wann man die nutzt nicht dass es irgendwie so ein No-Go ist die nutzt man nicht aber das bremst sich irgendwie mit allem das Problem ist das war in dem Tutorial irgendwie nie angegeben aber das hat ganz gut geklappt jetzt mit beiden Bremsen ok pass auf da können wir sogar hier nochmal ein bisschen Schwung geben halt ah ok jetzt bin ich schon stehen geblieben jetzt muss ich auch die Türen hier aufmachen wie weit zu viel 146 Hertz zu viel das ist schon einiges ok jetzt schauen wir mal jetzt sind wir angekommen um 16.01 hätten wir ankommen sollen und wir waren um ja kurz nach 16 Uhr schon da ja es läuft schon so einigermaßen und sind jetzt wo ähm intern mehr ich weiß gar nicht linkes Fenster vielleicht steht es nochmal irgendwo war das Messe nochmal oder irgendwas mit Nord oder äh keine Ahnung war ein bisschen zu zu schnell jetzt wir machen mal hier wieder die Tür zu oder um um 16.01 und 30 Minuten geht es erst weit oder so dann können wir noch warten da können wir mal gucken in der Zwischenzeit dass wir hier auf sind wir auf 0 und da haben wir gleich eine 12 Meilen Beschränkung also es geht sehr sehr langsam aus dem Bahnhof raus aber das erst um 16.01 und 30 Sekunden 17.023 Punkte haben wir ich habe das ja schon mal gefahren ich weiß aber nicht wie viele wir da hatten weil ich glaube jetzt kommen wir zum Ende dieser Strecke doch genau ich glaube das ging so um die 30 Minuten 35 Minuten und die haben wir ja jetzt auch da kommt noch ein anderer Zugang ein anderer Talent 2 gut dann einmal wieder Tür zu ist zu ist zu und jetzt an einem anderen Ort anhalten und das ist das Ausziehgleis los geht's zum Ausziehgleis mit 12 Meilen pro Stunde oder maximal 12 Meilen alles klar sind wir ein bisschen zu schnell und da vorne in 350 Yards bleiben wir dann stehen und damit hat sich das dann auch erledigt für heute hat auf jeden Fall Spaß gemacht bisschen bremsen jawohl und dann fahren wir jetzt aufs Ausziehgleis diesmal ohne Zeitvorgabe aber hier stellen wir dann unseren Zug ab ja war eine witzige Sache auf jeden Fall ach guck an was steht da noch Höchstgeschwindigkeit 116 kmh 160 kmh Führerraum 1 sind wir okay alles klar halt ich bin zu schnell das ist nicht gut schaffen wir da eine Punktlandung ja ja mach nochmal locker 14 10 9 ok ich glaub das war ganz ordentlich ich glaube das war ganz ordentlich Zielvorgabe erfüllt ok und jetzt steigen sie aus dem Zug aus um die Aufgabe zu erfüllen ok alles klar dann steigen wir jetzt mal aus hier einmal auf Y aussteigen und naja ich kann auch da raus oder ist ja wurscht nö da komme ich gerade nicht raus ein bisschen viele Türen dann setzen wir uns nochmal hin und versuchen da raus ne wie komme ich denn aus dem Zug raus na das wäre jetzt schon noch schön wenn das klappt muss ich hier so auf Tür auf oder wie läuft das jetzt na wie auch immer wenn ich es jetzt nicht mehr hinbekomme warte ich stehe nochmal auf ah hier so jetzt haben wir es geschafft ok alles klar warum das so ist keine Ahnung ah ok ich drücke glaube ich immer wieder mal so eine falsche Taste ah ja ok alles klar dann gehen wir da hin dann haben wir das Ziel erfüllt und wie geht es weiter hier nochmal Punkte alles klar also alles grün hier so wie das ausschaut gehen wir mal da rüber glaube ich habe das ganz gut gemacht das waren 1 2 3 4 5 doch einige Stationen gesamt 7900 irgendwas also muss man mal gucken wie das die anderen so spielen ob sie sich da besser oder anders anstellen ich bedanke mich recht täglich zu reinklicken hat Spaß gemacht ich freue mich schon auf die nächste Tour weiß nicht ob wir die auch mit dem Talent 2 machen oder mit einer anderen Baureihe wir werden einfach mal schauen in diesem Sinne vielen Dank fürs reinschauen lasst euch gut gehen ciao und bis zum nächsten Mal nochmal